Yo, hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Kaiser Mare 64, Part Nummer 22. Yeah, uah, Vorsicht. Ich werde es mal hier versuchen. Oh, mal schauen, weil ich habe mich gespoilert, ja ich gebe es zu, wie ich den Anfang da mache. Wow, 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 wow. Wie? Okay, den Anfang habe ich mich schon gespoilert. Äh, ja, ich muss einfach auf so einen Pfeil warten. Auf den da, um genau zu sein, scheiße. F5. Oh, geschafft. F5. Nein. Na, oh, das darf doch nicht wahr sein. Oh, oh, geschafft. F5. Uh, das war knapp. Ey, der Pender verfolgt mich. Ey, die Kamerasicht hier mal wieder, ne? Schlimm. Schlimm. Okay, ähm, schlimm mit der Kamerasicht. Okay, speichern. Nur eine Münze, ich habe mir nur den Anfang gespoilert, wie ich da hinkomme. Also das mit dem Pfeil und mehr weiß ich hier auch nicht. Oh, die Kamera, bitte. F5, äh. Vielleicht muss ich da hinten, ne? Hä? Und? Nein! Ich glaube, so könnte es klappen. F5. Wow! So aber nicht. So auch nicht. Ja, ja, komm! Vielleicht mehr in die Richtung. Oh! Anscheinend. Ja. Nein! Oh! Das wäre so schön gewesen. Und? Oh. Kacke, ey. Wow! Ey! Wow! Wow! Ey, der Lack. der ist so voll drauf gelandet. Und? Er hofft, dich zu drehen. Ey, das darf doch nicht wahr sein. F5. Ich will, dass er aufhört, sich zu drehen. Denn ich habe was vor. Das darf doch nicht wahr sein. Wie lange dreht er sich, bitteschön? Und? Und? Ähm. Könnte das vielleicht so klappen, wenn ich springe? Wenn ich springe? Ey, ey. Ich bin doch voll drauf gelandet. Wow! Wow! Ne, ne, ne. Ich mache das so, wie ich es mir denke. Kacke. Na, ach, kacke. Die Kamera, ne? Ich töte die. Ah, jetzt habe ich geladen. Ich wollte speichern. So, F5. Ne, okay. Das heißt, ich muss noch ein bisschen länger warten. Okay, vielleicht... Nein! Oh! Und? Ja, 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 ja! Oh, ja. Gut. Speichern. Wow. Raketen. Gut. Ich wollte einen Dreifach-Jump machen. Zack. Und? Und? Nein! Vielleicht hilft ja auch einfach ein Bandsprung. Okay, so schon mal nicht. Oh. Ein Dreifach-Sprung? Wäre hier, glaube ich, noch am ersten. Und, 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 halt dich fest! Yeah! Ja, ja! Gut, ähm. Was geht hier so ab? Da ist nur eine rote Munze. Wo ist denn der erste Stern? Äh. Okay. Oh, jetzt wird's heftig. Mit diesen hässlichen... Hässlichen Dingern. F5? F5? Woher wirfst du mich? Hä? Wie komme ich bitte... ...da hin? Hä? Aaaaah. Vielleicht... ...muss ich da hoch? Hä? Wo bin ich denn? Leute! Habt ihr das gesehen? Voller Fehler! Hilf mich hoch! Aber richtig hochwerfen. Nein! Er kann nicht auf dem Gitter landen. Aber, ne. Nein, nein. Nein, was machst du da, Mario? F5? Wow! Wow! Ja, ja, ja. Nein! Ja, ja! F5! Nein! Oh! Wun, wirfst du mich jetzt? Ja, wieder zurück. Klar, huh! Ja! Ja! Wuh! Da komm ich also hoch. Nee, nee, nee. Nein! Nicht schon wieder hier! Warum hab ich nicht gespeichert? Ich idiot! Juhu! Juhu! Ich hol mir mal ein bisschen Energie. Damit ich hier nicht so... halb tot rumlaufen muss. Halb tot rumlaufen muss. Speichern. Jetzt hier hoch. Nein! Oh! Ich, 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 ich bin grad verwirrt. Da ist ein Stern! Oh! Oh! Warte! Oh! 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 Ich dachte, ich wollte aufs Boot da. So. Speichern wir. Yeah, jetzt sind wir wieder hier. Und hier wollte ich nicht hin. Das heißt, wieder hoch. Wow. Okay, speichern. Okay, so. Hier speichern wir uns. Mario, was machst du da? Oh, halt dich fest. Yahoo. Mario, Idiot. Oh. Komm schon, Yahoo. Yahoo. So, speichern. Yeah. Gut, das heißt, hier müssen wir wieder den Dreifach-Jump machen. Oh. Das hätte sogar geklappt. Aber Mario nimmt zu viel Anlauf irgendwie. Mario. Oh. Ja. Nein. Oh. Oh. Jetzt ist er zu kurz gesprungen. Jetzt ist er gar nicht gesprungen. Oh. Nein, jetzt ist das Ding runtergefallen. Oh. Weil es ist, glaube ich, schon nachgewachsen, oder? Yeah. Gut, jetzt hier hoch. Nein. So. Hoch. Ähm. Gut, äh. Wo lang? F5. Springen wir mal dahin. Oh, ich glaube, das wäre einfach nur hier. Springen, springen. Lauf, lauf, lauf. Ne, ne. Das muss man von hier oben machen. So, aber nicht. Also, ganz knapp muss das sein, wenn ich das richtig sehe. Oh. Klau. Halt dich fest. Mario, du Idiot. Nein. Klau. Der tut. Jahu. Oh, oh. Speichern. Speichern. Yeah. Oh mein Gott. Mario. What the? Wie zur Hölle soll man das schaffen? Vielleicht mit einem Klau-Jump? Klau. Ja. Wirklich. Klau. Oh. Klau. Lauf, 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 lauf. Und machen Klau-Jump. So. Warten wir mal wieder ein bisschen. Und. Yeah. Oh. Oh mein Gott. Was zur Hölle? Oder muss ich... Ne, da muss ich nicht hin. Oh Gott. Wie soll das klappen? Äh, das... Das wird doch nie so funktionieren. F7. Jahu. Oh. Oh. Was war das? Oh. 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 Wie ich hier nur am rumstürmen bin, ne? Geht doch gar nicht klar. Oh. Alter. Das ist ja mal richtig heftig. Jahu. Jahu. Oh. Schaff ich's? Oh. Ich glaub, ich muss ja... ...aus der Welt raus. Leute. Alter. Was war das denn jetzt, bitte? Oh. Kann das sein, dass ich da einfach stehen bleiben muss? Auf dem Ding? Nee. Ich glaub, ich... ...muss... ...nen Seinfeldsjump machen. Nee, nee, nee. Das wird das niemals klappen. Hä? Nee. Ich hab... ...keine Ahnung. Ich... ...ich spring genau in das Feuer. Ach. Das darf doch nicht wahr sein. Warte mal. F5. Vielleicht muss ich hier einen Dreifachjump machen. F5. Nein. Oh. Nein. Also, es klappt auf jeden Fall. Es muss klappen. Wenn der da nicht... ...dran knallen würde. Ey, das darf doch nicht wahr sein. Und, halt's fest. Gut. Aber, das bringt mir auch nicht viel. Okay. Flo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo. Nee. Okay. Ein Stern noch, Leute. So. Zack. Ich geh noch mal in... ...die Uhrenwelt. F5 What the fuck, was das für ein Fehler F5, nein Alter, wie schnell die Uhr tickt Äh, F7 Ey, komm schon Oh, Mario Nein, nein Ey, das soll doch nicht wahr sein Lass mich verarschen Oh, gut, 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 gut Speichern wir Oh, oh, Kamerasicht Ey, Leute, das ist so behindert mit der Kamera hier Die wollen mich wohl verarschen Und halt fest Gut Eine Münze, ey, lächerlich Öh, jetzt kommt wieder die Scheiße Oh, ey, das ist so Ja, klar Warum hab ich nicht gespeichert Gut So Eine Münze Zack, hoch Speichern So Zack Wow Das wird jetzt wieder scheiße Na Hör auf Dich zu drehen Da Nein Und Wow Es hat geklappt Yeah Cool Wow Gut, ähm, was war hier nochmal ein Dreifach-Jump, oder? Gut, ähm Zack Oh, immer dieses kleine Stück am Ende Oh, halt dich fest Oh 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 Halt dich fest, halt dich fest Oh Mario Oh 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 Also geht auch ein Wandsprung Okay Gut zu wissen Speichern Speichern Und Oh Oh Mario Oh Oh Nein Jetzt kommt die Stelle ja wieder Kann ich nicht irgendwo anders lang Mh Ne, anscheinend nicht Gut F5 Oh Ja Nein Oh Oh Ich dachte, er wirft mich Kann schon Ja Ja Lass mich Nein Oh Wow Ja, ja Bitte Ey, das ist unfair Ja Wow Komm schon Jetzt wirf mich hoch Oh Ey, das darf nicht wahr sein Vielleicht brauche ich ein bisschen länger Ich muss mir ein bisschen mehr Zeit lassen Ey, ich war Das ist unglaublich, Leute Unglaublich Und Wuhu Wow Okay, so nicht Zack Oh Wirf mich Hoch Oh Ja F5 Perfekt Klar Oh Geschafft Jahoo So Münze holen Warte mal Was ist da? Ich bin neugierig Einfach nur Okay Okay Anscheinend war da nichts Gut Ähm Jetzt gehen wir hier lang Speichern Kann ich da überhaupt rein In die Lücke da Ähm F7 Okay Okay so Mal nicht Aber warte mal Aber warte mal Da oben war doch noch was Ey, warte Warte, warte Da habe ich so ein Jetzt nervt nicht Da habe ich gerade was gesehen, Leute Da Habt ihr das gesehen? Warte mal F5 Hä? Wie zur Hölle kommt man da hin? Na Warte Warte Hä? Wie zur Hölle kommt man da hin? Warte F5 Hä? Da ist aber Äh Ich will da hoch Warte mal Warte Da kann man glaube ich hin Äh Warte Der hat sich doch da eben So komisch festgehalten Vielleicht Geht das da irgendwie so Dass ich da Verdammt Na Oh Oh, Feuer Böses Feuer Nee Ich habe Keine Ahnung Wie ich da dran komme Oh Nein Ich hätte es beinahe Geschafft Oh Oh Nein Ey, das darf doch nicht wahr sein Ja Oh Heilige Scheiße Was war Hä? Was hat mich da jetzt zweimal verletzt? Bitte Das habe ich gerade gar nicht gesehen Ey Wow So Zack Ey Das darf doch nicht wahr sein Dieser verdammte Mario Oh Alter Ich bin in der Wand, Leute Oh Gut, äh Ich speichere hier einfach mal Oh Willst du mich verarschen, Spiel? Oh In der Wand gestorben Gut, das heißt Ich muss hier bis zum Ja, komm Der hat mich nicht mal getroffen Ey, das darf nicht wahr sein Ey Was Was ist das, bitte? Gott Alter Nee, komm Ey, leck mich Ich, ich Gleich gibt es Tote Echt Ich speichere hier einfach mal Speichern Wow Ey, der hält sich Der hält sich da nicht mal fest Und macht Wow Ja, komm Durch die Wand, ne Ja, leck mich doch Jetzt, ich will mich mal da anschauen Ey, das ist so unglaublich Mein Gott, ey Kann man sich ja keinen Millimeter bewegen, ey Kann er da keinen Wandsprung machen Oder so Nein, oh Gott Was machst du da, Mario Wow 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 Idiot, ey Ey Oh Gott Das hat doch voll geklappt Komm schon Nein Stirb doch Ey, das ist so Ja Nein No Das hat geklappt Nein Oh Gott Leute Was ist das? Ey Okay Oh Gott Geschafft Oh mein Gott Bitte sagt, dass hier Irgendwa Irgendwie Münzen sind Oder so Gut Vielleicht muss ich da hoch Aber nur vielleicht Ich schau mal Was es hier so ist Gibt Da war ich anscheinend Na toll Ich hätte einfach hier hin Jumpen können Da oben ist ein Stern Äh Was passiert, wenn ich den hier Aktiviere Hö Ich habe keine Ahnung Gut, dann Speichere ich hier Nein Oh F5 Nein Wow Nein Oh Genau In die Lücke Willst du mich farschen Ah Nein Ich Ich weiß Was Oh Nein Komm schon Auf jeden Fall Da habe ich jetzt Voll die Ahnung Und so Oh Erstmal muss ich Mich da aber festhalten können Ach Gott Oh Gott Oh Gott Na Komm Ey Willst du mich verarschen Mario Ich glaube Mein Schwein Pfeift Hm Ey Das darf doch nicht wahr sein Ist er zu blöd Um sich umzudrehen Ey Leute Ich bin hier gerade rumgebackt Gut Äh Speichern Nein Nein Anscheinend muss ich Oh Jetzt muss ich das glaube ich nochmal machen Ne Ja Gut Speichern Wenigstens Weiß ich jetzt Wie ich da hinkomme War das hier Ne Ne Oh Oh nein Jetzt kommt der Scheiß wieder Gut F7 Wieder laden Und Hoch mit dir Mario Nein Oh Na Komm Gut Ich hab ne Idee Ich mach einfach So Genau Oh Gott Nein Oh Gott Das darf doch alles Nicht wahr sein Jetzt macht der da einen Wandsprung Will der mich verarschen Oh Gott Meine Nase Nein Jetzt hab ich gespeichert Oh Gott Weh du stirbst Alter Mein Herz Leute F5 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 Hör mal auf dich zu drehen Oh Gott Leute Ist es so schwer Noch einen einzigen Stern Ist das wirklich so schwer Kann ich da überhaupt drauf Ne ne Ey das Die Kamerasicht Ich kotze wegen der Ich kotze wegen der Hm Ich 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 F5 Wuhu Wuhu Stirb ey Ich hoffe Oh Gott Ne Komm ey Warte mal Da oben war noch was Das ist ein Geheimnis Die gibt es hier also auch Das ist deren Ernst Ey Komm bitte hier Ja Perfekt Diese scheiß Kamerasicht Ey Ne Das ist doch Unglaublich Ey Was macht der Da Das Spiel regt mich Gar so was von Auf Macht der da einfach Einen Wandsprung ey Nein Nein Da ist eine unsichtbare Wand Ist klar Spiel Ist klar Wuhu Ich hoffe du stirbst Ey Oh Oh Nein Nein Wehe du wirfst mich weg Gott sei Dank Ey Mein Herz Leute Mein Herz Ey Ich weiß echt nicht Was ich machen soll Ey So Zack Ich will In diesem Part Noch den Stern kriegen Mir egal wie lange Der Part dauert Ich will Diesen verdammten Hässigen Stern Kriegen Der macht Weißt Wisst ihr Wenn ich Will Dass er Einen Wandsprung Macht Dann Macht er Kein Aber wenn ich Überhaupt Kein Bock Auf Wandsprung Hab Dann Macht er Natürlich Einen Zack Hö Warum ist der Jetzt nicht drauf Bekommen Na Na war Klar Dass er F5 Oh Gott Na Was soll das Du Hässlinger Ja Ja F5 Ja Geschafft Leute So Schaffe ich das Von hier F5 Ey Das darf doch Nicht wahr sein Oh What The Fuck Leute Was ist das Für ein Scheiß Ne 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 Den Scheiß Mach ich nicht nochmal Danke Dann geh ich lieber Hier F7 Das war mir auf jeden Fall Um einiges Angenehmer Als der andere Scheiß Da Komm schon Ja Geschafft So Speichern Kamerasicht Ändern Ey Dann Dann knallt Er gegen ne Wand Leute Das ist doch Unglaublich Ja Da lässt er Los Mein Gott Ey Das Spiel Ey Don't move Gott sei Dank Geschafft Leute Oh mein Gott 70 Sterne Mein Kopf Ey Oh mein Gott Ey So Und jetzt Auf zu Motherfucking Bowser Ey So So Was The way To Bowser Shall Only Be Revealed Once You've Collect All Was Ne Oder Ne Oder Wenn ich Das Gerade Richtig Lese Oder Die Wollen Nur Dass Ich 120 Sterne Hab Oder Ich Muss 120 Sterne Hab Bis Damit Ich Zu Bowsers Level Kann Gut Leute Ich würde Sagen Wir sehen Uns im Nächsten Part Wieder Und ich Hoffe Es Klappt Ich Hoffe Ich Kann Ohne 120 Sterne Da Rein Also Dann Ciao Ciao Ciao